Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Ihr fragt, ich antworte, heute ganz speziell. Die Fragen kommen von Schülerinnen und Schülern der Kantonsschule Chur und eigentlich wäre ich eingeladen gewesen, diese Fragen an Ort und Stelle zu beantworten. Wir hatten eine Lesung abgemacht im Mai und ihr alle wisst, im Mai war Corona, alle Lesungen wurden abgesagt und das hat mir so wahnsinnig leid getan. Es tut immer weh, wenn Lesungen abgesagt werden, aber diesmal hat es ganz besonders weh getan, denn ich weiss, wie sehr sich die Jugendlichen auf meinen Besuch vorbereitet haben. Sie haben Bücher von mir gekauft, die seht ihr hinten, sie haben sich für sechs Bücher entschieden, die sie gelesen haben in der Klasse. Dead End Come, Blackout, Blue Blue Eyes, Weiß, Kein 100 Lügen, die hinter mir. Haben diese Bücher gelesen, haben sie rezensiert, haben Fragen zusammengestellt zu meiner Person und zu den Büchern und eigentlich nur auf meinen Besuch gewartet. Der fiel ja dann aus und ich habe dann der Lehrperson angeboten, dass ich die Fragen per Videoclip beantworte, was ich hiermit mache. Aber zuerst möchte ich mich bedanken. Ganz herzlichen Dank für all die Arbeit, die ihr in die Bücher gesteckt habt und auch ganz, ganz herzlichen Dank für die Rezensionen. Die Guten und die weniger Guten, glaubt mir, es haben mich alle extrem gefreut. Danke. Jetzt aber zu den Fragen, die sind gebündelt in verschiedene Sparten, in verschiedene Themenbereiche und sie beginnen mit allgemeinen Fragen und mit denen fange ich jetzt auch an. Was macht Ihnen am meisten Spaß am Schreiben? Am meisten Spaß am Schreiben macht mir die Vorbereitungsphase, also die Phase, wo ich eigentlich noch gar nicht schreibe, sondern einfach mal Ideen sammle, wo sich ganz langsam in meinem Kopf herauskristallisiert, welche Personen in meinen Büchern drin sein werden, wie die zueinander stehen, wie die sind. Dann überlege ich mir, in welches Setting stecke ich die, in welche Lage stecke ich die, was lasse ich die erleben, wo fangen sie an, wo gehen sie hin, was könnte mit ihnen passieren. All diese Dinge, die mag ich total gut, die Vorbereitungsphase. Was ich auch mag, ist am Schluss das letzte Wort zu schreiben, weil dann habe ich es geschafft. Was mir ziemlich schwer fällt, ist der erste Entwurf. Also wenn ich all die tollen Sachen, die ich in meinem Kopf habe und als Bilder sehe, als Filme sehe, mitsamt Musik und Dolby Surround Stereo, das ganze Programm, das aufzuschreiben, fällt mir extrem schwer. Also meine ersten Entwürfe sind ziemlich grottig schlecht. Danach kommt das Überarbeiten, das mag ich dann wieder. Woher holen sich die Inspirationen für Ihre Bücher? Ich schreibe Geschichten, die im realen Leben spielen und das ist da draussen, direkt vor meiner Haustür. Ich kann nach draussen gehen und sehe das. Ich lese Zeitungen, ich bin in Social Media unterwegs, ich schaue mir Dokumentationen an, ich interessiere mich für das Zeitgeschehen, für das, was passiert in der Welt und da ist tonnenweise Stoff schon mal drin vorhanden. Eine weitere Inspirationsquelle ist die Musik. Das ist eigentlich meine allergrößte Inspirationsquelle. Ich habe zu jedem Buch, das ich schreibe, habe ich Musik. Ohne das ging es, glaube ich, nicht. Ich schreibe aber nicht mit Musik, das ginge nicht, weil wenn ich schreibe, höre ich gar nichts. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr ganz fest konzentriert seid, dann blendet sich alles um euch herum aus und ihr hört nichts. Das passiert mir beim Schreiben auch. Meine Kinder könnten euch ein Lied davon singen, als die noch kleiner waren, jünger waren, die mich was gefragt haben und ich geschrieben habe, ich habe die nicht gehört. Werden Ihre Bücher Charakter von ihrem privaten und persönlichen Leben beeinflusst? Inwiefern können Sie Beispiele nennen? Ja klar, passiert allen Autoren und Autorinnen, die ihr Setting in der realen Welt haben. Da kommen unweigerlich Dinge rein, auch persönliche. Ich persönlich halte es so, ich verfremde alles total. Es ist nie erkennbar als Persönliches. Das ist mir zu privat, zu intim. Ich versuche das in Geschichten umzuwandeln. Ich bin einmal ganz, ich bin einmal zu nahe gekommen, der ganzen Realität. Das ist eins meiner Herzblutbücher, wo ich über Menschen geschrieben habe, die mir extrem am Herzen liegen. Und ich habe gemerkt, da habe ich eine Grenze überschritten. Und ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, weil ich habe dann gemerkt, bei den Rezensionen, normalerweise kann ich mit allen Rezensionen gut umgehen, den Guten und den Nicht-so-Guten. Aber bei diesem Buch hat es wehgetan, nicht wegen mir, sondern wegen der Personen, über die ich geschrieben habe. Dann bin auch ich drin. Natürlich, das ist so. Ich, wie ich bin, das wäre zum Beispiel die Tina in das Projekt, kommt mir ziemlich nahe, so vom Innenleben her. Ich bin auch so drin, wie ich gerne wäre. Ich wäre manchmal gerne wie Nathan McCarron. Werde ich nie sein. Das ist ja das Schöne am Schreiben. Man kann dann irgendjemand sein. Oder ein ganz profanes Beispiel, in einem meiner Bücher ist das Stofftier etwas, das unsere Tochter hatte, das potthässlichste Stofftier etwas, das es je gegeben hat. Es hieß Freddy. Potthässlich. Und meine Tochter hat Freddy geliebt. Und ich fürchte, wir haben Freddy weggeworfen. Ich suche ihn seit Jahren, weil ich ihn wahnsinnig gerne wieder hätte. Aber ich denke wirklich, der ist weg. Das ist schade. Haben Sie Lieblingswörter, welche Sie besonders oft benutzen? Oh ja, wenn ihr meine Bücher gelesen habt, wisst ihr, das Blackout, fürchte ich, ist voller okay. Ich habe das relativ spät gemerkt, dass man als Autorin automatisch Wörter immer und immer wieder verwendet. Ich habe gelernt, herauszuspüren, welche das sind. Ich führe Listen, guckt mal, das ist das Notizbuch zu 100 Lügen. Da ist mein Wörtercheck. Ah, immer falsche Seite. Da ist mein Wörtercheck drin. Wörter, die ich häufig brauche. Ich merke dann das und lasse die am Ende durch die Zählmaschine und eliminiere ein paar. Man könnte es viel einfacher haben. Es gibt heute Programme für Autoren und Autorinnen. Da kann man so ziemlich alles machen damit. Und die würden so wie Warnlampen dann leuchten. Hallo, hallo, du hast dieses so drehendes Wort so oft gebraucht, aber ich mag diese Programme nicht anwenden. Ich bin kein Roboter. Ich bin ein Mensch und ich möchte einfach als ich schreiben. Und wenn es dann halt mal ein Wort drin hat oder zwei oder drei, die ich sehr häufig brauche und ich die nicht finde, dann sind die drin. Dann gehört das halt auch zu mir und zum Buch. Von all den Büchern, die Sie bis jetzt geschrieben haben, welches gefällt Ihnen am besten? Das ist meine Joker-Frage. Die kann ich nicht beantworten. Es ist so, wie wenn ihr mich fragt, welches Ihrer Kinder haben Sie am liebsten. Keine Chance, das zu beantworten. Ich wollte all diese Bücher schreiben. Ich habe keins unter Zwang geschrieben. Und ich mag die alle. Es sind nicht alle gleich gut, aber ich mag sie trotzdem alle. Also Joker-Frage. Wie haben Sie das Interesse am Bücherschreiben gefunden? Ich habe als Jugendliche Kurzgeschichten geschrieben, Tagebuch, Songtexte, längere Geschichten angefangen, so ziemlich das ganze Programm. Habe das auch sehr gerne gemacht, aber dann nicht weiterentwickelt und habe es sehr spät zum wirklichen Schreiben gefunden, nämlich mit 39. Da wollte ich es ganz genau wissen. Da wollte ich wissen, wie das geht mit dem Schreibhandwerk. Es gibt so Tipps und Tricks, wie man den Schreiber besser hinkriegt. Und das habe ich dann gelernt online, in einem Online-Forum. Habe mit Kurzgeschichten angefangen, gemerkt, das ist nicht mein Ding. Ich muss die langen Geschichten schreiben. Habe eine angefangen, vier Jahre dran geschrieben und dann war die fertig. Ja, und dann habe ich es halt versucht bei einem Verlag und die haben mich tatsächlich genommen. Klingt jetzt völlig einfach, war es nicht. Ich habe neun Monate lang gesucht. Haben Sie ein Vorbild im Sinne eines anderen Autors oder einer anderen Autorin? Damals, als ich mit dem Schreiben begonnen habe, war das Carol O'Connell. Die hatte damals eine Serie geschrieben, wo ich ziemlich alle Bände gelesen hatte, mit einer Katie Mallory als Hauptperson. Und die Frau hat diese Katie Mallory auf den Punkt genau beschrieben. Rasier, Messer klingen scharf. Das hat sich in die Haut geritzt und ist direkt in die Seele vorgedrungen. Also ich habe das total klasse gefunden. War nichts Hochstrukturiertes, nichts Kompliziertes, sondern einfach, aber genial gut. Später ist noch jemand dazugekommen, das ist Kevin Brooks. Ich habe den kennengelernt, dank meiner Tochter. Die ist nach Hause gekommen mit einem Buch namens Lukas. Ich habe das geöffnet, einen Satz gelesen, habe geweint und gewusst, dieser Autor ist sensationell. Jemand, der es schafft, mich mit einem Satz zum Weinen zu bringen, der hat es drauf. Was ihn mit Carol O'Connell verbindet, ist die Erzählsprache. Gar nichts Schwieriges, gar nichts Geschraubtes oder Kompliziertes, sondern sehr einfach, aber auch er Rasiermesser scharf. Trinkt durch die Haut mitten ins Herz. Was ist für Sie das Schönste an Ihrem Beruf? Das Schönste in meinem Beruf ist, ich kann weg, ohne wegzugehen. Ich kann mich hinschreiben, wo ich will, nach Schottlern auf meine Lieblingsinsel, irgendwo sonst hin. Ich kann mich zu einer Person schreiben, die ich sein möchte. Ich kann abtauchen in andere Welten. Das finde ich total schön. Ebenfalls schön sind die Lesungen, die Begegnungen mit den Jugendlichen, die genieße ich ohne Ende. Dann kommen Autorenbegegnungen dazu, wo ich Kolleginnen und Kollegen kennenlerne. Das finde ich auch total schön. Es gibt ganz viele schöne Seiten an meinem Beruf. Und auch eine ganz tolle ist, ich bin frei in der Arbeitseinteilung. Ich bin nicht gemacht für 8 bis 12 und habe 2 bis 5 Uhr Jobs. Das bin ich nicht. Ich will meine Zeit selber einteilen können. Wie zufrieden sind Sie mit Ihren Büchern? Ich bin nie zufrieden. Ich arbeite ganz lange in meinen Büchern, überarbeite die auch ganz lange. Ich zweifle, ich hadere. Ich überarbeite, ich zweifle, ich hadere. Und irgendwann ist ein Text so weit, dass ich denke, besser kriege ich den nicht hin. Dann geht er ins Lektorat, dann bekomme ich von außen Hilfestellung, was ich noch besser machen könnte. Gehe nochmals über den ganzen Text und gebe wirklich mein Bestes. Und das Beste ist immer ein Kompromiss, weil man weiß, sobald das Buch gedruckt ist, man hat das Exemplar in den Händen, öffnet es und man findet den Satz, den man einfach schrecklich findet. Ich glaube, Zweifel, die gehören einfach dazu. Ich finde die Zweifel auch ganz gut, weil wer nicht zweifelt, wird grössenwahnsinnig oder leichtsinnig und dann werden die Bücher weniger gut. Wollten Sie schon immer Autorin werden? Nein, stand nie auf meiner Menüliste. Was ich werden wollte, war Lehrerin. Das ist mein erster Traumberuf. Ich habe den gelernt, bin nie zum Berufsberater gegangen, wollte Lehrerin werden, bin es geworden. Mein zweiter Traumberuf ist Rockstar. Ich wäre extrem gerne Rockmusikerin mit einer E-Gitarre. Ich würde über Bühnen fegen und ganz laut mir die Seele aus dem Leib schreien. Das Problem ist, ich bin unmusikalisch, wenn ich Straßenlaterne. Sprich, es wird nie reichen für meinen zweiten Traumberuf. Ich wollte immer schreiben. Ich wollte auch Geschichten schreiben. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich mal ein Buch schreiben würde und dass das dann auch veröffentlicht wird. Also das ist schon ziemlich eine irre Sache, das.